Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Abend miteinander. Das Thema ist Deutschland. Ihr Skob Warenhaus möchte Ihnen nämlich das nördliche Nachbarland ein bisschen näher vorstellen. Und zeigt Ihnen während der nächsten drei Wochen unter dem Motto «Das Beste aus Deutschland» eine Vielfalt von typischen und vielleicht auch weniger bekannten Produkten aus Deutschland. Weil so vielfältig wie die Kultur, die Landschaft und die Leute dort sind, ist auch ein Warenangebot. Ob es sich jetzt um die neueste Mode handelt, um das Essen und Trinken oder um die technische Perfektion, Deutschland kann alles bieten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Beste aus Deutschland. Mehr davon jetzt in Ihrem Skob Warenhaus. Ein Besuch lohnt sich dann noch doppelt, weil Sie nämlich wieder mitmachen können an der grossen Jackpot-Verlosung. Gäuern kann man ganz tolle Preise, wie zum Beispiel ein Wochenende für zwei Personen mit der Penem in Berlin, mit der Lufthansa in Hamburg und mit der Deutschen Bahn in Köln. Da kann ich Ihnen eigentlich nur noch Toi 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 wünschen und übergeben in die Studioküche. Mit Erdbeeren gibt es immer wieder feine Dessertüberraschungen. Wie wäre es zum Beispiel am Pfingstsonntag mit einer gefrorenen Erdbeerenmousse. Die Erdbeeren in einem Sieb kalt abspielen, zupfen und besonders schöne Früchte ein paar wenige auf die Seite legen. Die restlichen Erdbeeren mit einer Gabel fein verdrücken oder im Mixer pürieren. Den Saft einer halben Zitronen, ein bisschen Puderzucker dazugeben und zum Schluss geschlagenen Rahm darunter ziehen. In einer länglichen Form, eine bis anderthalb Stunden frieren. Ausnehmen, mit einer Gabel gut durchrühren und noch einmal eine Stunde fertig frieren lassen. Wenn es soweit ist, die Form kurz im heissen Wasser dunkeln, stürzen und mit Erdbeeren und Schlagrahmen dekorieren. Das Rezept steht in der Korbzeitung dieser Woche, das wissen Sie. Und morgen der ganze Tag im Teletext, Seite 270. Viel vergnügen! Und jetzt kommen wir noch zu den Sonderangeboten dieser Woche. Zum Anfangen, die aktuellen Preisschlager. In allen Coop-Tuit-Yourself-Läden gibt es die Rasenschere FC 83 für nur 59 Franken. In allen Coop-Centern gibt es die Techstar Kinder-Gins, 100% Baumwolle, je nach Grösse, für 16 bis 22 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Zweifelpombechips, Natür oder Paprika, ein Beutel statt 4,90 nur 3,70. Zwei Pack Arniputibur au Chocolat statt 4,20 nur 3,20. Zwei Riesen-Servela statt 2,65 für 1,90. Coop-Weissmähl, ein Kilo statt 1,85 nur 1,55. Zwei Schachtel Gerber Gala statt 3,30 für 2,50. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag, alle Schweizer Tafelöpfel in der Tragtasche an 2,5 Kilo sind jetzt 1 Franken günstiger. Auf Wiedersehen!